Musik Der Vorteil an diesem Beruf ist ja, dass man sehr flexibel arbeiten kann. In meinem Alltag mache ich Webseitengestaltungen, Flyer, Plakate. Konzeption, Design, Videos, IT, Systemadministration, Marketing. Von Ideen bis zum Endprodukt, alles. Darum bin ich überzeugt, dass das ein super Beruf ist. Ja, Mediamatiker ist ein sehr breitgefächterter Beruf. Und man kann sich nach der Lehre auch sehr gut auf etwas spezialisieren. Ja, ich kann es noch nicht sagen. Ein Vorurteil oder ein Klischee? Dass wir alles können, aber nichts wirklich können. Ich mache noch ab und zu Pause. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Hauptteil von meinem Tag ist. Ich glaube, es ist auch noch schwierig, ein Klischee über einen Beruf zu machen, wo man vielleicht gar nicht unbedingt genau gescheit will, weil es zum Mass, dass es da geht. Ich gehe am besten viel schnuppern und probiere es aus.